Willkommen in der digitalisierten Fertigung. In der Industrie 4.0 verzahnen sich die Produktionsanlagen und Produkte untereinander. Die Basis dafür sind digital vernetzte Systeme, mit deren Hilfe eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich wird. In unserem Pilotprojekt steuert die intelligente Elabus 4.0-Plattform die Wertschöpfungskette der Firma Scarabeus. Das Unternehmen rüstet dezentral gebrauchte Dieselbusse in Elektrobusse um. Über den Online-Konfigurator können Kunden aus der ganzen Welt die Umrüstung ihres alten Dieselbusses in einen modernen Elektrobus anfragen. Die Informationen des Kunden gelangen anschließend über das Internet auf die Elabus 4.0-Plattform. Ab jetzt kommunizieren die Systeme selbstständig miteinander. In autarker Kommunikation werden Lieferungen vereinbart und die gesamte Produktion geplant. Lassen Sie uns nun kurz die Software betrachten. Auf Basis der Kundenanfrage erstellt die Elabus 4.0-Plattform ein Projekt. Für die benötigten Bauteile gibt die Plattform automatisch entsprechende Anfragen und Reservierungen an die Plattformen der Zulieferer. Schon an dieser Stelle hilft die Software, mehrere Tage Arbeit einzusparen. In Echtzeit erscheint im System des Zulieferers Portek die Anfrage für ein 3D-gedrucktes Bauteil. Die Software reserviert nun die benötigte Maschinenzeit und quittiert dies dem Auftraggeber. Sobald der Elabus 4.0-Plattform alle Informationen vorliegen, sendet sie dem Kunden das Angebot sowie den geplanten Termin für die Umrüstung seines Busses. Nach der Angebotsbestätigung, die der Kunde online durchführen kann, generiert das System den offiziellen Auftrag. Die Auftragsannahme löst beim Lieferanten automatisch die Wandlung der bisherigen Reservierung in eine Bestellung aus. Bei der anschließenden Umrüstung des Busses wird der Werker von der Plattform geleitet. Über ein Tablet nimmt er beispielsweise Arbeitsanweisungen entgegen und gibt regelmäßig den aktuellen Arbeitsstand ein. So kann die Produktionsleitung jederzeit den Projektfortschritt abfragen und im Problemfall schnell reagieren. Dank der einfachen, transparenten Zusammenarbeit über die Elabus 4.0-Plattform entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Mit Hilfe unserer Elabus 4.0-Plattform ist es uns möglich, unseren gesamten Workflow digital zu organisieren. Dieser Prozess beginnt bei der Kundenanfrage, geht über die Produktion, über den Lebenszyklus des Fahrzeuges bis hin zu seiner Verschrottung am Ende seines Lebens. Bisher war es so, dass Angebote zu den einzelnen Teilen eingeholt und bewertet wurden, letztendlich ein Zuschlag erteilt wurde, was oft mehrere Wochen oder gar Monate gedauert hat. Bei uns ist dies ein Prozess von wenigen Sekunden geworden, weil wir dies auf digitaler Grundlage machen können. Wir haben Rahmenverträge mit unseren Lieferanten und im Rahmen dieser Verträge stellen wir die Anfragen und können somit unseren Kunden ein sehr schnelles und sehr genaues Angebot erstellen, nicht nur was den Preis betrifft, sondern auch wann das Umrüstdatum sein wird. Die Elabus 4.0-Plattform ist multilingual, das heißt mehrsprachig und somit rund um den Erdball einsetzbar. Sie ist die ideale Basis für das globale Arbeiten. Denn Industrie 4.0 heißt nicht nur digitale Daten und hohe Effizienz, sondern es heißt vor allem globaler Markt. Das heißt nicht nur digitale Daten und hohe Effizienz,